Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd ein Ticket und heute habe ich das Spiel Kings of Avalon. Viel Spaß! Und das sind wir. Einmal die Lieferung. Fertig. Gratis bestätigen. Was noch hier? Meine Armee. Erstmal schauen, das ist 13, 12, 12. Aber finde ich bestimmt noch andere Sachen. Die ich gleich aufrüsten kann. Ausbilden. Lanzknecht habe ich keine. Schamutzle habe ich nicht. Schläger verbessern. 510. Warum kann ich sie nicht alle? Das ist gemein. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ja, verbessern. Und hier. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Verbessern. Ich brauche mehr Reuens. Wieviel? Einreiche. Gut. Und. Wieviel Reuens. Einreiche. Wieviel Reuens. Okay. Klick, klick, klick. Ich glaube ich kaufe mir beide neue Maus. Das Klicken. Das nervt mich auch langsam. Da hat ja schon mal einer reingeschrieben. Das das Klicken ganz schön nervt. Von meiner Maus. Alles auf Holz. Einsammeln. Oh, der Drache. Was kann ich denn da machen? Gefänglichkeit. Nur die eine? Na dann. Nur die eine. Gut. Und. 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 Da oben ins Labyrinth. Da habe ich auch keine Lust drauf. Universität. Forschen. Oder. Das ist gefehl. O.K. Hast Du gut gemacht. Hast Du auch Gut gemacht. Und. Du auch Gut gemacht. Ich unfinished heel alguém. Hier einmal hast Du gut gemacht. Ich lobe DICH auch. Und. Ich lobe Ich auch. Jetzt einmal kurz ins Krankenhaus, heilen, okay keine Dauern, gut. Der Beschwörungskreis, okay, XP, auch gut, die Festung, verbessern, Stadtmauer muss erst auf 14 sein. Boah, da brauche ich aber viel, viel. Schaffe ich das? Ich habe keine Ressourcen mehr. Ich habe eins, 345.000, boah, mehr schaffe ich nicht. Schauen wir mal das andere an. Die Fallenfabrik. Und das wäre schon eher machbar, ja. Ressourcen zum Moment. Gibt es nicht in diesem Gebiet, gibt es auch nicht in diesem Gebiet, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, auch nicht, nein, 3 auch nicht, Level 2 gibt es. Ich kann nur 10.000 laden. Ja, das ist ja mal richtig. Nö. Okay. Gibt es ja trotzdem noch. So 238.000 Holz wäre das ungefähr, ja. 236.000, 38.000. 259.000. Und dann noch gleich mal gucken, wie lange das Abfahren dauert. Ach, sind sowieso nur 10.000 drin. Ja. Hätte dumm gelaufen, würde ich sagen. Dann gehe ich mal bei den Helden rein. Ich bin schon bei den Helden drin. Such mal. Ich höre den hier aus. Bestätigen. Joa, und das war's dann damit. Nachrichten habe ich noch. Ein bisschen. Vielleicht nicht alle, ja alle lesen. Also nichts bekommen. Alle löschen. Ah, hier sind zwei Sachen. Äh, äh, hm, brauche ich nicht. Allianz, Forschung, ich bin doch in einer Allianz. Voll, voll, voll. Die, äh, vier Sachen kann ich machen. Beistand. Nein, noch mal den hier. So ein Mist. So ein Mist. So ein Mist. Die Gegenstände habe ich ja nicht mehr viel. So, jetzt habe ich eine Stunde VIP. Nachrichten. Und da habe ich nur halt was. Okay. Die neue Saison hat angefangen. Aber nicht für mich. Und dafür bin ich noch viel, 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 viel zu schwach. Ähm. Wo würde der nennen? Das rückende Stadt. Ja. Was haben wir jetzt noch? Diese Quest. Also sagen wir 500.000. Oh, jetzt sagen wir 500.000, ne? Ja. Nehmen einmal ein Fels gegen ein Babanlager teil. Okay. Ja, okay. Ja, okay. Monster angreifen geht jetzt gerade gar nicht bei mir, ne? Für mich ist da einmal ein Gebäude. Das kann ich noch probieren. Mensch, ich kann gleich schon gar nichts mehr machen. Reparieren. Okay, repariert. Höher als 40.000 geht's. Ich habe schon 400.000. Wie war das andere? Ich glaube, das war 500.000 gewesen. Also kann ich dann die Feinfabrik. Ja, 500.000, 30.000. Aber dann kann ich erstmal hier Pfeilen bauen. Nur 300 Pfeilen. Kann ich das hier vielleicht verbessern? Ah. Hab ich die Feinig gebrockte? Ja. Jetzt nicht mehr. Und die Schmiede. Warte mal. Hauen wir erstmal Ressourcen. Das ist glaube ich wichtiger. Stahl noch nicht abgeholt. Verbessert. Verbessert. Okay. 15 also weiß ich auch bescheid jetzt ja ich kann schon wieder nichts mehr machen das war es da gehe ich gleich noch mal kurz ins lager rein jetzt kann ich alles in den kleinsten 4 nach denen kann ich natürlich nicht nehmen ein zweitkleines sind die sieben noch etwas nein ok dann gehe ich noch einmal ins lager rein schauen was wir da machen können 1000 holz kriegt da drin so der erste kampf ach das sieht schlecht aus ich komme nicht weit zweiter kampf so ok dann gehen wir hier lang da rein oh ne schau ich nicht Mist weißt du noch den fertig und jetzt den hinten dann ja ist da komm ich auch nicht weiter ne das sieht so nicht so gut aus nimm mal einfach den hier machen wir zehnmal plündern städtigen oh level up das ist doch gut einmal plündern einmal plündern keine ausdauer mehr kann ich nicht machen machen nochmal hier das einsammeln nochmal hier das einsammeln am Anfang konnte ich immer so viele Sachen machen jetzt bin ich allerdings schon auf so ein level auf so ein level bin ich wo ich immer überlegen müsste was ich machen muss weil ich nicht mehr so viel habe da ja zwei talent punkte verteidigung auf max auf max da habe ich doch gar nichts gesetzt da habe ich doch gar nichts gesetzt und auf magie auch nichts ich habe nur einen Ritter gut hier nochmal was abholen ich truppe schon wieder zurück das ging aber schnell naja ok waren ja auch noch 10.000 ne trotzdem kann ich nichts machen ich brauche mehr holz mehr holz 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 und suchen die Säge weg suchen und wieder durchschicken suchen ach, das zeigt einen gleich nach so doof da bin ich doch schon unterwegs dann mach den nicht Setzen. Okay, noch ein Schick. Hier ist es noch. Nee. Gut. Dann würde ich mal sagen, das war es für heute. Dann sage ich Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.